Und hier ist Zivila, die 10 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 10 Euro Show. Hier bekommen Sie ganz, ganz besondere Angebote. Alles zu einem schmalen Thaler. Wir buzzern und Sie entscheiden, was Sie sich nach Hause holen. Die meisten unserer Produkte bekommen Sie sofort. Nur ein gewisses Kontingent ist begrenzt bei uns. Und ich würde sagen, wir starten erst mal direkt mit dem ersten Produkt. Ich buzzer und los geht die Show. Hallöchen, Böckchen. Bitte schön. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, was sehr, sehr cool ist. Für meine nächste Party. Das ist Beleuchtung. Eine rotierende 360-Grad-Disco-Leuchte. Ja. Wie cool. Guck mal, wir haben hier Steckdosen. Zack. Wow. Das ist natürlich der Hammer. Jetzt schauen Sie doch mal. Also das ist wie so ein Diamant, der sich hier rundherum dreht. In allerlei Farben leuchtet. Das ist wie so ein Disco-Effekt. Und was natürlich das außergewöhnlich Schöne ist, ist, dass ihre Wände angestrahlt werden. Dass der ganze Raum irgendwie erstrahlt wird. Und wir sehen das bei der Diana. Die ist jetzt ja auch gerade angeleuchtet. Sieht schon wunderschön aus. Also so ein kleines Gerät, was natürlich irgendwie den ganzen Raum und die ganze Lebensfreude erweckt. Tatsächlich, ne Carsten, so ist es doch. Du hast ja auch, glaube ich, viel Lebensfreude in dir. Ja, aber ganz bestimmt doch. Ja, das merkt man. Und gemeint. Das zeige ich auch immer wieder gerne. Der Fred beispielsweise aus Willingen schreibt uns, die Lichterkugel habe ich für meine kleine Nichte bestellt, da diese sehr gerne tanzt. Somit wird das Kinderzimmer spielend leicht zur kleinen Disco. Der Lichteffekt ist enorm. Ein voller Erfolg. Und die Christa aus Neubrandenburg schreibt, wenn ich was getrunken habe, verwende ich dieses Disco-Licht immer nachts nach dem Feierabend beim Musikfernsehen und beim Feierabendbierchen. Und der Theodor aus Feldheim schreibt, sehr schönes Disco-Licht für den Preis. Habe es in unserer Gartenhütte laufen mit Musik, während wir draußen sitzen. Sieht voll cool aus. Ja, das muss man auch einfach so stehen lassen, wie es ist. Natürlich schöne Lichteffekte, diese LED-Farbeffekte. Noch eine Nimmunade, bitte. Großartig, ne? Stayin' Alive. So war hier gerade der Tanzstil von der Diana. Also so, ja, das ist schon cool. Also schauen Sie sich das mal an, auch jetzt auf dem Boden, diese Optik alleine schon. Das glaubt man gar nicht und das rotiert hier so. Und das kann sich eben drehen. Und das ist natürlich ganz toll. Wir haben jetzt hier schon Musik und es macht einfach Spaß. Carsten, hast du auch so viel Spaß wie wir? Ich habe richtig Spaß, den lieben. Mensch, das ist großartig, besonders bei so coolen Artikeln. Du kommst richtig aus dir raus. Ja, genau. Und das finde ich ausreichend, wenn ich so ein cooles Disco-Licht habe. Das finde ich immer großartig. Guck mal, aber besser. Und das kann man immer einsetzen. Was kann besser sein als ein Partykügel? Zwei. Zwei Partykügel. Oder bis fünfmal können Sie bestellen in jeder Ecke. Ja. Und ich glaube dann zum Beispiel unseren Ingo, er hat Partykügel. Das ist sogar Szenen-Life. Und ich glaube das für ihn, das wird super Geschenk. Ja, das macht schon diese Partylaune natürlich, dass wir alle zusammen fallen und natürlich diesen Preis macht schon gute Laune. 10 Euro ist das da mal ein Artikel, den nimmt man mit. Jetzt können Sie gerne jeden Artikel bis zu fünfmal pro Besteller ordern. Und so etwas liegt normalerweise doch deutlich kostspieliger, wenn man hier ganz einfach mal eben auf die Schnelle für ein bisschen Partystimmung sorgen möchte. Und das tun Sie hier für gerade mal 10 Euro mit der NC 59 83 und der 569. Wir hören gerade die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Ja. Liegt hier bei knapp 40 Euro. Das wäre mir jeden einzelnen Penny wert. Aber das jetzt hier mal für einen Viertel des Preises großartig. Und die nächsten Sommerpartys kommen bestimmt. Absolut. Und wenn Sie die richtigen Gäste einladen, dann haben auch alle Spaß. Wir buzzern und wir machen weiter. Das nächste Produkt. Ah, nochmal. Zack. Und nochmal. Also, bitteschön. Vielen Dank. Oh ja, das sind diese doppelten Salz- und Pfefferstreuer. Stimmt das hier? Die sind großartig. Schau mal hier, ich gebe mal einen rüber. Ich überreiche das mal an dich. Das ist ein elektrischer Zweien, eine Salz- und Pfeffermühle in Keratin. Keramik-Mahlwerk, ja, gefertigt quasi. Das ist natürlich unglaublich edel. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das für 10 Euro tatsächlich möglich ist. Also, nein, die Edelstahl-Optik ist schon großartig. Das ist komplettes Edelstahl-Keramik-Mahlwerk, natürlich einstellbar, so wie Sie es haben möchten. Von grob bis fein, alles ohne weiteres möglich. Und eben die Tatsache, dass Sie zwei Gewürze gleichzeitig einfüllen können. In der Regel ist es Salz und Pfeffer, aber auch alle anderen Gewürze wären natürlich denkbar. Und ich glaube, es gibt nur eine Meinung, wenn ich sage, dass natürlich frisch gemahlenes Gewürz mal ganz anders schmeckt, als das Klassische aus diesen hässlichen, komischen Plastikelementen, die man mitunter im Supermarkt kaufen kann. Ganz einfach oben drauf drücken, S für Salz, P für Pfeffer. Und dann kann jeder so sein Fleisch oder sein Gericht so würzen, wie er das gerne hätte. Finde ich, sollte auf keinen Tisch fehlen. Und gerade jetzt zu der Grillsaison ein wirklich gerne gewählter Artikel hier bei uns. Ja, absolut. Also die Grillsaison geht los und wir kennen das natürlich alle, den typischen Steuer, das ist irgendwie immer anstrengend. Vor allen Dingen macht das natürlich auch was her, wenn man das jetzt so in elektrischer Form hat. Also man kann dann einfach nur das Knöpfchen drücken und dann das Steak oder das Hühnchenfleisch oder meinetwegen auch vegan oder vegetarisch eben das Gemüsefilet dann passend würzen. Und das ist schön, das sieht auf dem Tisch natürlich unglaublich gut aus. Das ist ein guter Preis und man kann es gar nicht glauben. Also ich würde jetzt davon ausgehen, wenn ich das so sehen würde, dass es Minimum so um die 20 bis 30 Euro tatsächlich kosten würde, Diana, oder? Ja, super. Und für mich zum Beispiel Pfeffer schmeckt besser, wenn das Griechen gemahlen ist. Und natürlich, normalerweise beim Grillen, die haben nicht so viel Platz. Und ich glaube, eine, also zwei und eins, diese Funktion finde ich super praktisch und sieht natürlich sehr cool aus. Und du kannst auch sehen, wie viel noch Pfeffer oder Salz hast du. Super praktisch. Natürlich kann auch wie ein Geschenk sein für jeder Grillmaster, für jetzt in Sommerzeit. Natürlich super. Oder man mischt mal was zusammen. Wir haben seine individuelle Würzmischung für das perfekte Fleisch zum Grillen. Das ist auch interessant. Wir haben von dem Yannick aus Greven einen Kundenbeitrag. Er schreibt, unbedingt kaufen. Vorher gekauftes Produkt eines namenhaften Herstellers war nach fünf Monaten defekt. Naja, das ist schön, Yannick, denn das passiert hier bei Pfeffer definitiv nicht. Das ist ein unglaublich hochwertiges Produkt, was wir hier anbieten zu einem unglaublich guten Preis. Mit der Bestellnummer NXR 7487, der 569 am Ende zum Preis von 10 Euro. Ich wiederhole das nochmal. In den nächsten zwei Stunden passend zur Saison. Und wir machen weiter. Das Schöne an der 10 Euro Show ist natürlich diese breite Fächerung aus unterschiedlichen Produktbereichen. Und wir bleiben noch ein bisschen im Bereich Dekoration. Wir haben gerade schon die Disco-Leuchte gesehen. Wir haben jetzt hier den Solar-Deko-Leuchtturm mit LED-Beleuchtung und drehendem Reflektor. Und der ist sogar ausgestattet mit einem 6-Stunden-Akku. Das ist natürlich genau die richtige Deko für den Außenbereich, für jeden, der einen Teich hat. Der ganz einfach ein bisschen mediterran dekorieren möchte. Das sieht natürlich einfach richtig klasse aus. Im Norddeutschen sicherlich ein gern gewähltes Motiv. Grundsätzlich etwas, was man im Moment in den Dekorationsgeschäften relativ häufig sieht. Aber garantiert nicht für 10 Euro. Und erst recht nicht mit einem Solarpanel, denn den stellt man einfach dahin, wo man ihn haben möchte. Und alles andere erledigt das Tageslicht, beziehungsweise die Sonne. Es sieht einfach nur cool aus. So ungefähr hier mal dekoriert. Ist aber nur, weil er jetzt für den Außenbereich konzipiert ist und wind- und wetterfest ist, heißt es ja nicht, dass man den hier auch beispielsweise mal im Badezimmer dekorieren könnte. Auch da stelle ich mir so etwas sehr, sehr schick vor. Ja, absolut richtig. Fürs Badezimmer, aber auch für die Terrasse geeignet. Und durch diese Solarfunktionen. Sie sehen das hier am Oberhaupt des Leuchtturms. Hier ist dieses kleine Solarpanel integriert. Somit lädt sich das auf durch die Sonne und funktioniert dann einwandfrei, ohne dass Sie dann irgendwelche Batterien benötigen und kaufen müssen. Somit sparen Sie auch. Also Sie investieren jetzt hier einmal 10 Euro. Aber der Leuchtturm, der funktioniert die ganze Zeit. Solange die Sonne eben leuchtet oder das reine Tageslicht, wodurch er sich tatsächlich auflädt. Das ist sehr hochwertig gemacht. Schauen Sie sich mal wie diese kleinen Bausteine an. Das ist sehr detailliert hier gemacht. Das ist eine sehr, sehr schöne Zeichnung. Das ist ein wunderschönes Produkt. Der sieht unglaublich hochwertig aus. Und ich muss Ihnen sagen, das ist er auch. Ich habe ihn in der Hand. Der hat so eine gewisse Schwere. Ist nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Also genauso, wo man sagen würde, da kennt man ein Qualitätsprodukt tatsächlich. Und Diana, das ist natürlich auch schön. Gerade zur Frühlingssaison. Da kann man dann, wenn man lecker grillt und sich was Schönes zu essen macht, den dann schön als dekoratives Produkt in die Mitte stellen. Die Teller, die Kerzen drumherum. Und das schön gestalten. Das sieht hübsch aus. Ja, ich glaube, das ist ein Dekor für ganzes Jahr. Natürlich sieht es fantastisch aus. Auch, ich glaube, das ist auch gut für Kinder. Sie mögen das. Sie sieht fantastisch aus. Sehr dekorativ, sehr gut. Und natürlich kostet es nur 10 Euro. Also ich glaube, Sie können auch vielleicht drei, vier Stück kaufen. Und einfach platzieren auf der Terrasse. Sieht fantastisch aus. Ja. Oder mehrere. Also ich denke mal an das Lied von der Nina. Das ist so ein Ohrwurm, der mich jetzt irgendwie begleitet, wenn ich so einen Leuchtturm sehe. Aber ich habe auch eine Nachbarin, die liebt die Nordsee. Die liebt allgemein die See. Und die hat alles dekorativ gestaltet in diesem Format. Und das ist natürlich unglaublich schön, weil es gibt ein Urlaubsgefühl. Und wir müssen uns mal frei fühlen. Die Zeiten sind stressig genug. Also lasst es sich doch mal gut gehen. Und holen Sie sich die Gemütlichkeit und den Urlaub direkt nach Hause. Und der Karsten, der sagt uns, die bestellen wir mal. Aber selbstverständlich sind die. Das ist die NX 1522 und die 569. NX 1522 und die 569. Und die Pia aus Gablingen ergänzt noch. Ich habe den Leuchtturm zusammen mit einer Windmühle gekauft. Nordsee Feeling Pure. Ein sehr schöner Dekoartikel für gerade mal 10 Euro. Sie dürfen gerne bis zu 5 Mal pro Besteller zugreifen. Ist ausgesprochen schön, gerade im Garten, aber eben auch mal im Badezimmer. Grundsätzlich als Dekoartikel sehr zu empfehlen. Absolut. Also ich wieder buzzern möchte, möchtest du jetzt auch mal. Du kannst gerne buzzern. Ich meine, es ist auch selbstverständlich, dass du mal darfst. Wir müssen jetzt gar nicht diskutieren. Du kannst gerne buzzern. Du auch? Ja, dann mach ich es. Zack. Und ein Pride-Alarm. Und das heißt, ein beschränktes Kontingent, da können Sie natürlich jetzt nicht mehr von bestellen. Das ist ein absoluter Sonderpreis. Jetzt schauen wir mal rein, was das auch so ist und auf sich hat. Das ist wirklich cool. Natürlich, ich habe diese Tasche, Reisetasche, können Sie auch das nennen. Für Reisen, natürlich, du kannst zum Beispiel als Fotografer so viele Sachen tragen, aber ich nutze das für meine Badezimmergeräte. Ja, ich kann hier mein Make-up, meine Sachen für Haare halten. Das ist super robust. Guck mal, ich zeige dir. Ich bin wie Clumsy Queen. Bei mir alles fällt immer auf den Boden. Guck mal. Wow. Und passiert gar nichts. Das ist wirklich super. Das ist ja nicht mal robust. Ja, aber wirklich schon stabil. Das Schöne ist, man kann natürlich die Fächer jederzeit austauschen. Das heißt, man kann also ganz einfach diese Zwischenelemente rausnehmen und an anderer Stelle wieder einsetzen, sodass man jederzeit für das, was man unterbringen möchte und schützen möchte, mehr oder weniger Platz schaffen. Das ist für ein Dekoartikel oder hier für das medische Artikel. Das sieht man hier jetzt unglaublich gut. Jetzt nochmal im Einspieler aufgeteilt. Für den Lidschatten, die Pinsel, das Make-up, den Highlighter etc. PP, was man alles benötigt. Die Nagelschere, den Nagelknipser, die Augenbrauenzange. Also wir kennen das alle. Hygiene liegt uns hoffentlich allen sehr am Herzen. Also vielseitig verwendbar. Und Diana zeigt nochmal, das ist natürlich unglaublich toll, weil so ist das so organisiert. Das ist so aufgeräumt. Und da freut sich jeder, dann schmeißt man immer alles so in einen Pott. Das ist damit Sache von gestern, weil so können Sie entscheiden. Aber auch selbst für die Männer. Die haben ja dann auch irgendwie ihr Duschgel, ihren Rasierapparat und ihre Rasiercreme, ihr Aftershave. Also es ist nicht nur ein reines Frauenprodukt, sondern für Männer und für Frauen natürlich gleich, gebe ich zu handhaben. Und so können wir natürlich beide ordentlich leben. Und das macht die Frau glücklich, das macht den Mann glücklich. Und ich glaube, der Carsten ist ja sehr, sehr ordentlich. Der kennt sich seine Haare morgens ganz, ganz akkurat. Und ich glaube, für dich wäre das auch ein super tolles Produkt. Genau so ist das, Cindy. Auch für mich ist das richtig klasse, weil ich da all meine Badutensilien, aber eben auch mal Stecker oder elektronische Artikel super unterbringen kann. Gerade wenn ich unterwegs bin, hat man natürlich hier auch mal genau das, was man haben möchte, immer in geschützter Form. Thema Fotografie auch ein Thema. Verschiedene Filme, verschiedene Speicherkarten in den unterschiedlichen Plätzen. Die Kamera, die Objektive, alles das, was man hat. Die Akkus selbstverständlich passen sicherlich hier super rein. Und das Schöne ist, dass es alles sehr gut gepolstert ist. Und man kann eben hier die einzelnen Fächer sehr schön in der Größe variieren. Ganz einfach so, dass es für sie passt. Diana hat draufgestanden. Das heißt, Sie haben gesehen, wie ausgesprochen stabil das Ganze ist. Also auch mal für die Reise im Koffer. Großartig. Naja, Diana wiegt ja auch nicht so viel, aber es ist dennoch stabil. Das ist jetzt nicht nur, wenn man jetzt sagt, ach so, so eine stabile Frau. Aber es ist wirklich und es ist schön, tatsächlich. Das müssen wir auch noch mal sagen. Und wir schauen natürlich auch noch mal auf pearl.de. Da sehen wir 21 Euro. Da sparen Sie sich natürlich hier mehr als die Hälfte. Also noch 1 Euro mehr. 11 Euro haben Sie hier gespart. Tatsächlich, Sie zahlen nur 10 Euro für dieses Organiser-Aufräum-Set, was Sie sich direkt nach Hause holen. Ist auch mal vielleicht eine schöne Idee für die Frau, wenn Sie sagen, ah, mich stört das, wenn jetzt hier im Badezimmer immer die ganze Schminke rumsteht, etc. PP. Ich mag es einfach aufgeräumt. Mit der ZX 8120 der 5069 gibt es das für 10 Euro direkt für Sie nach Hause. Und deswegen würde ich sagen, direkt bestellen und loslegen. Und wir buzzern. Bitte schön. Vielen Dank. Ziemlich schwer tatsächlich. Oh ja, eine LED-Unterbauleuchte. Das ist mal was richtig Schönes. Ich übergebe auch mal etwas an dich. Und Fernbedienung im Dreier-Set. Das ist mal ein cooler Artikel. Du bekommst natürlich auch eine Fernbedienung. Bitte schön. Ja. Praktisches Dreier-Set, was wir hier für Sie haben. Wow. Und das macht natürlich überall dort Sinn, wo man ganz einfach mal Licht braucht. Gerade bei den Unterbauschränken oder bei den Schränken in der Küche. Im oberen Teil hat man häufig keine Beleuchtung. Und gerade an den Stellen, wo es vielleicht dann doch etwas dunkler wird, kann man ganz einfach so etwas nachrüsten. Doppelklebeband runter. Und schon hält das Ganze entweder manuell. Ganz einfach mit Antippen einzuschalten oder auszuschalten. Oder natürlich auch mit der praktischen Fernbedienung. Aber in jedem anderen Schrank sieht es natürlich auch richtig klasse aus. Beispielsweise auch mal im Kleiderschrank oder hier im Werkzeugbereich zum Beispiel. Egal, wo man Licht braucht. Denn häufig steht man ja in der Küche. Wenn man das große Licht eingeschaltet hat, dann doch mit dem Körper vor dem eigentlichen Lichtkegel. Und dann sieht man eben nicht so gut. Und hier hat man eine zusätzliche Lichtquelle, wann immer man sie braucht. Ja, vor allen Dingen kann man die noch verschieden optional tatsächlich einstellen durch diese Fernbedienung. Und Sie sehen, wie hell das ist. Das ist natürlich absolut genial. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele gibt es denn für 10 Euro? Ein Dreier-Set. Ein Dreier-Set tatsächlich. Also ich würde empfehlen, direkt sechs oder neun zu nehmen. Also direkt dreimal bestellen. Das macht das Ganze natürlich noch... Warte mal, du machst mein immer aus. Ja, so. Ja, Diana, was? Alles gut, alles gut. Ich habe gesagt, mit Fernbedienung du kannst aus- und anmachen. Auch Timer-Funktionen. Und natürlich auch andere Stufe von... Genau. Dafür haben wir ja eben diese Fernbedienung. Wir sehen das hier ganz offensichtlich. On und off. Und dann diese Kapazitäten-Möglichkeiten. Also etwas enormer oder das Blinklicht. Das sehen Sie dann. Oder einfach das Normale. Und das können Sie dann für die Küchenschränke, für die Küche, für die Terrasse, für den Balkon etc. Da gibt es so viele Möglichkeiten, optimal verwenden. Und es wirkt unglaublich hübsch. Sie sehen das, wenn das hier passend angebracht ist im Einspieler. Also im passenden Abstand. Das sieht unglaublich hochwertig aus. Und vor allen Dingen, die ganze Küche wirkt hochwertiger. Da denkt man, Sie haben vielleicht eine Küche vorher gekauft, keine Ahnung, für 2000 Euro. Jetzt haben Sie diese Lichter drunter. Und jeder kommt rein und denkt, boah, was haben Sie denn hier für eine Küche? Die hat ja wahrscheinlich 5000 bis 6000 gekostet. Also das wertet Möbel ja einfach eben auf. Und der Elgit aus Graz schreibt es noch. Top-Produkt. Haben Sie in meiner stromlosen Garage montiert. Jetzt finde ich sogar Dinge wieder, die ich schon vermisst habe. Wir begrüßen auch Ihnen an dieser Stelle. Die NC3867 und die 569 ist ja für die passende Bestellnummer. Bis zu fünfmal dürfen Sie das Dreier-Set gerne bei uns bestellen. jeweils für gerade mal 10 Euro. Das ist ein Spitzenpreis für ein Dreier-Set LED-Beleuchtung. Ja. Möchtest du? Aber sehr gerne. So, gucken wir mal, was Diana als nächstes hat. So, bitteschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitteschön. Oh ja. So, mehrfach-Steckdosen braucht jeder. Wow. Hat sicherlich auch mal der ein oder andere zu Hause. Aber in Zeiten von steigenden Strompreisen, glaube ich, machen sich viele Leute zu Hause auch mal Gedanken, wie kriegt man denn eigentlich Geräte vom Standby-Strom getrennt. Da ist natürlich das ständige Ziehen eines Steckers ausgesprochen lästig, besonders dann, wenn gerade beim Fernseher oder bei der Stereoanlage die Stecker hinterm Schrank irgendwo in der Wand verschwinden. Und insofern macht es Sinn, wenn man sich für eine Steckdosenleiste entscheidet, die man ganz einfach aus- bzw. anschalten kann. Das können Sie hier mit jedem einzelnen Steckplatz tun. Haben wir als Dreier- oder eben auch als Fünfer-Variante im Programm. Top-Qualität übrigens hier. Finde ich einen schönen Artikel. Ja, der Clou dabei ist tatsächlich, dass sich jede dritte Steckdose einzeln ein- und ausschalten lässt, dass es nicht gang und gäbe. Vor allen Dingen geht es tatsächlich auch um die Strompreise. Manchmal schläft man einfach ein, der Strom läuft weiter und die Geräte, die fressen natürlich unglaublich. Das ist tatsächlich so. Man glaubt es kann, man wundert sich am Ende des Jahres, beim Jahresabschluss, wo kommen denn diese ganzen Preise her? Man hat dann Geräte noch tatsächlich am Laufen. Deswegen ist es immer klug, diese auszuschalten und diese Gerätefresser eben zu stoppen. Und da ist das natürlich super durch diese Knöpfe, die Sie hier aktivieren können, was die Diana hier super in der Hand hat. Also einfach ein- und ausstöpseln. Und wenn Sie dann sagen, Sie gehen ins Bett, dann wissen Sie tatsächlich dann auch, es ist alles aus. Hier frisst mir niemand mehr das Geld aus der Hand. Und das ist, glaube ich, auch in heutigen Zeiten ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Das ist tatsächlich so. Mit der PayX 1830, der 569, bekommen Sie das zum Sonderpreis von 10 Euro hier. In der 10-Euro-Show, das ist natürlich ein unglaublich guter Preis. Das ist ein Sonderpreis. Das müssen wir nochmal so sagen. Im Normalfall ist das Ganze teurer. Aber wir ermöglichen Ihnen das Ganze in den nächsten zwei Stunden nochmal wirklich zum absoluten bombastischen Preis. Jetzt gibt es das Ganze aber noch in größer. Ja, und das ist das gleiche Prinzip. Nur eben dieses Mal noch zwei Steckplätze mehr. Wir haben jetzt hier eine Fünffach-Steckdose, eine Mehrfach-Steckdose. Und auch hier kann man natürlich jeden einzelnen Steckplatz separat zu- oder abschalten. Das Schöne ist, wenn das Ganze mit Strom versorgt ist, sieht man das Ganze auch. Das heißt, ein eingeschalteter Stecker leuchtet entsprechend rot, ein ausgeschalteter Stecker leuchtet eben nicht. Das heißt, man hat volle Kontrolle über die Standby-Geräte. Und wenn man das mal quer rechnet, die ganzen Standby-Geräte, da gibt es so diverse Statistiken, unter anderem im Internet, wenn man das mal so googelt, da waren es in den letzten Jahren bei den klassischen Strompreisen, die wir noch vor einem knappen Jahr hatten, so bei ungefähr 30 Cent im Schnitt, knapp 115 Euro, die man normalerweise in einem Drei-Personen-Haushalt pro Jahr an Standby-Kosten hat im Jahr. Mittlerweile sind das 165 Euro im Schnitt, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und da denken natürlich viele Leute ganz einfach und sinnvoll darüber nach, wie man denn eigentlich diese Kosten senken kann. Und ich glaube, mit so einer Lösung hier ist man dieser Kostenreduktion schon deutlich weiter und deutlich näher gekommen. Egal, ob das bei PCs der Fall ist, bei Hi-Fi-Anlagen, bei Fernsehgeschichten oder natürlich auch in der Küche. Nicht zu vergessen, selbst eine eingesteckte Steck- und eine eingesteckte Kaffeemaschine, die Sie nicht nutzen, braucht Strom. Da reden wir von ein paar Euro 50 im Jahr, aber auch das läppert sich. Da kommt einiges zusammen und jetzt müssen Sie eben nicht mehr dauernd den Stecker ziehen, sondern können Sie eine Steckdose ganz einfach mit dem Schalter zu- bzw. abschalten. Ja, und ich würde sagen, wir machen direkt auch weiter. So, bitteschön. Vielen Dank. Und wir schauen mal, wow. Das ist was für die Romantik, für die Gemütlichkeit, fürs perfekte Dinner. Und Sie sehen, dass ich übergebe mal, ich glaube, das sind Dreier-Set wahrscheinlich, ne? Weil das würde ja so systematisch zusammenpassen. Wir haben hier dann eine große, eine mittelgroße, eine kleine und zwei Fernbedienungen. Auch hier bitte einmal. Wir haben natürlich auch einen Tisch, da können wir das passend drapieren und das machen wir natürlich auch. Und deswegen gehe ich davon aus, das ist ein Dreier-Set für 10 Euro kosten. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist wirklich ein Knaller. Also ein Dreier-Set flackernde LED-Kerzen. Das Ganze auch noch dimmbar in drei verschiedenen Größen. Das ist natürlich auch noch Wind und Wetter fest. Das heißt, Sie sind also jetzt auch mal für das Frühjahr, für den Sommer draußen einzusetzen. Selbst wenn es mal eine kleine Schauer gibt, macht das diesen Kerzen überhaupt nichts. Spitzenklasse. Natürlich auch verschiedene Art und Weisen einstellbar. Entweder mit einem Dauerlicht oder, und das macht in meinen Augen natürlich den Reiz von solchen Kerzen aus, jederzeit eben auch mit diesem klassischen Kerzenflackern. Das hat so diesen Candleight-Charakter. Und das eben in drei verschiedenen Größen ist für 10 Euro wirklich mal ein Knaller. Wenn Sie mal schauen draußen im Einzelhandel, zahlen Sie für so ein Dreier-Set in unterschiedlichen Größen, mit Fernbedienung, mit allem Schnipp und Schnapp, locker mal so um die 20 bis 25 Euro. Und diese LED-Kerzen brauchen zum einen wenig Strom, das heißt wenig Batterieverbrauch, und zum anderen haben die eine ewig lange Lebensdauer. Der gibt der Hersteller rund 20.000 Betriebsstunden an. Wundern Sie sich nicht, wenn es auch mal 25.000 werden. Also die werden Sie die nächsten Jahre immer wieder einsetzen können. Und das an 365 Tagen im Jahr. Das ist nicht nur was für Weihnachten oder für die Feiertage. Die sehen immer richtig klasse aus, auch mal für die romantischen Abende. Jetzt im Hochsommer, wenn so langsam aber sicher, die Sonne hinterm Horizont verschwindet. Für 10 Euro eine echte Kaufempfehlung. Ja, absolut. Das ist eine ganz, ganz tolle Kombination für den gemütlichen, geselligen Abend, fürs gesellige Mittagessen und auch einfach, um zu genießen. Und Sie sehen das, das ist täuschend echt. Diese Flammen-Obsiekt, das ist ganz toll. Das ist spritzwassergeschützt, natürlich. Sie brauchen keine Angst haben, dass hier irgendwas entflammt. Hier entflammt nichts, hier brennt nichts. Sie können sogar beruhigt auf dem Sofa einschlafen und sagen, meine Kerzen, die brennen hier die ganze Nacht durch. Und es passiert tatsächlich gar nichts. Und das ist natürlich schön. Und für drei Kerzen 10 Euro, das ist natürlich der absolute Hammer. Jetzt sagt uns der Carsten natürlich die Bestellnummer für dieses 3 in 1 Set. So können Sie das Ganze dann direkt für sich nach Hause bestellen. Sehr gerne, Cindy. Das ist die ZX 6046 und die 569. ZX 6046 und die 569. Sie dürfen hier gerne bis zu fünfmal zum Besteller zugreifen. Entweder auch gerne nochmal ein zweites oder drittes Set für Sie selber. Vielleicht möchten Sie aber auch ganz einfach mal jemandem eine Freude machen. Und ich glaube, für 10 Euro macht man das mal sehr, sehr gerne. Und Sie täuschen echt, ne? Also wenn man so von Weitem das angesehen hätte, dann hätte ich das gar nicht unterscheiden können, ob das jetzt eine echte Kerze ist, die brennt tatsächlich, oder ob es eben keine echte ist. Also Wahnsinn. Wir machen weiter. Super. Bitteschön. Vielen Dank. Und bitteschön. Oh, das sind diese Schreibtafeln. Die sind großartig. Die sind einfach großartig. Ja. Als Alternative zum Papier für Kinder oder für Erwachsene, zum Malen, zum Zeichnen oder mal für ein paar Notizen sind die einfach klasse hier. Ja, das ist eine LCD-Schreibtafel mit 25,4 Zentimeter und 10 Zentimeter Zoll. Stift, Zoll und Löschsperre mehrfarbig sogar einstellbar. Das ist natürlich ein unglaublich guter Begleiter im Zug für die Kinder im Urlaub oder einfach auch mal für zu Hause für die Ferien oder für den Abend. Denn das ist kreativ. Man kann was Schönes zeichnen. Die beiden sind schon fleißig dabei. Ich hoffe, ihr macht das auch tatsächlich gut. So kann man auch mal Weckbewerbe starten, wenn man jetzt vielleicht drei, vier Kinder hat. Dann hat man für jeden so eine Schreibtafel und hinterher vergleichen die Kinder. Und sie wischen das dann so einfach wieder weg. Und somit ist es auch schon getan. Und das ist kreativ. Das ist viel besser, als nur vor dem Fernseher zu sitzen und irgendwelche Filme anzusehen. Sondern man macht irgendwie noch was Gutes. Und es ist witzig. Und ich finde das toll. Selbst ich habe Spaß daran. Ich bin auch unglaublich gespannt. Ich muss jetzt schon mal luchsen, das sage ich Ihnen. Ich gucke. Oh, das ist so süß von dir, Diana. Diana ist ein absoluter Pölty wie Liebhaber, wie wir das auch alle sind. Und sie zeigt das mit ganzem Herzen. Also hat sie beides miteinander kombiniert. Und hat ein Herz mit dem passenden Pfeil dazu. Und dem Logo von Pölty wie gemalt. Und wie das Ganze aussieht. Ach, die Sonne, die scheint natürlich auch noch nicht für alle Leute. Aber für die meisten, die positiv denken, scheint die Sonne. Deswegen zeig uns das doch mal. Wow. Guck mal, das ist ein bisschen du, Cindy. Groß. Sonne. Ich bin, oh. Aber du auch. Denn wirklich. Wirklich. Also Diana ist die Sonne. Die kommt morgens rein und die grinst schon. Was hast du dann mal? Ich zeig's dir gerne aus der Entfernung. Das ist Donald Duck. Das ist Donald Duck. Ja, hab ich aber tatsächlich sofort erkannt. Das ist so witzig gemalt. Aber auch nicht. Ja, aber schön. Ja, gut. Vielleicht mit so einem Trick kenn ich nicht. Ich weiß jetzt, wie man so in zwei, drei Handgriffen. Aber zeigt das doch noch mal. Schaut sie mal. Donald Duck hat er gemalt. Was ist das? Wer hätte gedacht, dass der Karsten so kreativ ist. Das hat er aber gut gemalt. Ich hab es tatsächlich sofort erkennen können. Also somit steigern sie die Kreativität, haben Spaß im Zug, turnieren, Kindern etwas Gutes. Und bisher muss ich sagen, in dieser 10-Euro-Show ist das mein Lieblingsprodukt. Welches war deins, Karsten? Ich muss zugeben, dass mir die Schreibtafel sehr gut gefallen hat. Und ich mag diese Mehrfachstecker, die finde ich großartig. Ach, da sind wir uns ja mal einig. Das gibt's ja gar nicht. Und wenn man diese Kerzen leuchten hat und macht doch ein leckeres Essen und schreibt dann auf dieser Schreibtafel noch zusätzlich dabei, dann kann der Abend doch nur gut werden. Die können auch rausschreiben. Herzlich willkommen zum Abendessen, zum leckeren Sinner. Viel Spaß beim Michelle.